Willkommen zurück zu Tales of Arise und nein, ihr habt nicht wirklich etwas verpasst, es ist so, ich wollte, weil ich gesehen habe, dass wir keinen Erfahrungsboost mehr drauf haben, oder ganz kurz zurück an die Oberfläche von Dana reisen, um da eben nochmal was zu kochen und irgendwie, die Aufnahme lief zuerst mitten und kurz weg, die Datei war korrumpiert und so, aber ihr habt eine Minute verpasst, also nichts, weil es ist wirklich nichts passiert. So, also. So, wir schlafen mit jemandem sprechen, deswegen wollte ich das noch aufnehmen und nicht einfach überspringen, weil ich mir dachte, komm, vielleicht gibt es noch ein interessantes Gespräch zwischen, natürlich, wie könnte es anders sein, Elfen und Xion. Xion, können wir einen Moment sprechen? Ich dachte, du hattest etwas, was zu sprechen. Ich warte auf dich. Nicht wirklich, warum? Ich werde dich allein verlassen, wenn ich nicht? Nein, es ist okay. Wir haben wirklich versucht, diese Gespräche zu machen, wenn wir uns zu sprechen, wenn wir uns zu sprechen, haben wir, nicht wahr? Ich sage das wenigstens. Hey. Was ist es? Du denkst, dass du etwas machen möchtest, zusammenarbeiten? Machen, was genau? Ja, genau. Ja, wenn du... Ja, wenn du... Ja, wenn du... ...machst mit Essen zusammenfassen hast. Was hast du gesagt, was ich gesagt? Huh? Essen? Oh! Oh! Essen! Ja! Ja, natürlich! Essen! Genau! Was hast du gesagt, was ich gesagt? Nein, es ist nichts. Nichts. Es ist nichts. Es ist nichts. Also, was hast du in mind? Well, do you recognize these ingredients? This is... Wait, is this? So you remember? That's right. We're going to fix the very first meal we ever had together. Although, I remember it not being well-received when we had it. You still remember that, huh? I'm sorry, Shion. I'm just teasing you, Alphen. I picked this recipe because it's easy to make, and I thought it would be a good choice for dinner, too. Anyway, let's get to work. With both of us making it, we should be finished in no time. I never thought we'd end up eating alone like this again. Just the two of us. Yeah. So much has changed when you look back on it. Well, I guess maybe not what we're eating, but still. No, I'd say even that's changed, too, in a sense. Our meals are a whole lot better now. True. We've both come quite a long way in the culinary arts. That's not exactly what I mean. How do I put it? It feels like eating together is a lot more enjoyable than it used to be. Yeah. I get what you mean. Even after our battles are done, when Tana is saved and our mission is finished, we'll probably still be sitting down to dinner like this, night after night. Yep. I doubt that much will change. You've always got to eat at some point. I hope our dinners will always feel like this. Maybe not exactly like this. Hopefully we won't still be camping out. Oh, no, not at all. I meant in a nice, warm house. One with a roof over our heads and a proper fireplace, instead of an open campfire. And real chairs instead of these logs. Nice plates and silverware on a big dining table. Oh, and a proper kitchen. That'd be nice, too. And when it's time to fix dinner, we'll be in that kitchen. Standing side by side. Whoops. Looks like we made too much. I don't think we'll be able to finish all this. Yeah, you're right. I'll see if anybody else is still awake. I'd really hate to have to throw it away. Side by side, huh? I'm looking forward to breakfast. Manchmal ganz schön seltsame Gespräche zwischen den beiden. Aber irgendwie auch süß. So. Ja, wireless-Controller ist schwach, ist mir gar egal. Ja, danke, Schiona. Äh, wir werden aber trotzdem noch sagen, wir müssen jetzt zurück nach Linigis kehren, dass wir bei ihr mal das Autotiton anpassen, weil es ist zwar eigentlich noch ganz cool und so, aber irgendwie ist jetzt halt die Frage, machen wir irgendwie... Das ist eigentlich ihr Ursprungskleid. Warum eigentlich nicht? Warum soll sie nicht die Einzige sein, die halt ein bisschen wie ursprünglich aussieht? Eigentliche Waffe sah ja eigentlich so aus, aber ganz ehrlich. Warum nicht farblich passen dazu? So. Freunde, wir haben einen Boost drauf. Okay, gehen wir zurück nach Linigis. Jetzt aber wirklich wahr. Jetzt aber richtig so. Okay, Linigis. Auf die Schnelle, wird's so helle. Ich bin gespannt, wie gross hier ist, wie viele Zugels und sonstige Viecher es geben wird. Wir können gespannt sein. Und natürlich die Rote Dame. Das wird dann noch ganz wichtig werden. Sonst hat sie nix. Stürmen wir Linigis. Was nix passiert. Was nix passiert. Gab's nen Unfall? Was nix passiert. Was in der Welt? Das, das Rennenheim-Territory. Ich bin bereit für viele Dinge, die sich anders sehen. Aber das? Das ist ein bisschen mehr als ich erwähnt. Die ganzen Fondationen der Stadt haben sich verändert. Was könnte das passieren? Als Lenigus verändert sich die Form, muss es auch auf den Entfernung haben. Vielleicht, als sie die Wedge zurückgebracht haben zu Dana? Aber sie würden nicht auf die Plätze, wo die Leute leben. Das sind ihre Homes, richtig? Ich denke, dass die Bürger selbst nicht viel zu sagen. in der Sache. Either way, locating the Forbidden Zone just became that much trickier. Dohalim? Is that you? Avakir. I'm glad to see you're well. So it is you! But why are you here? Shouldn't you be down on Dana participating in the Crown Contest? And these people! So you haven't heard what happened on Dana, then? Heard what? Someone you know? An old friend. Hey, Dohalim! Don't tell me you've started keeping company with... They're with me. More importantly, what's happened here? Uh, I'm really not sure. The city's foundations began to shift without warning, and now everything looks like this. We're all waiting for the Sovereign to tell us what's happening, but so far... Avakir, listen to me. We're looking for the Forbidden Zone. Do you have any idea where we might find it? The Forbidden Zone? What business could you possibly have there? Trust me. The less you know, the better. You're just the same as ever. I wish I could help, but what with the change topography, I can barely locate my own home, let alone the Forbidden Zone. Very well. It looks like we'll have to find the way there ourselves. Have you seen Faria yet? No. I see. Well, nothing much has changed with her. If anything, she's probably even more... I can well imagine. Why did you come back? You know it can only result in pain for you both. I've no doubt of that. You really are the same as ever. Fine. I understand. Just don't say I didn't warn you. And... take care of yourself. Okay, Doe? So who's Faria? Law? If what Avakir said is true, it would seem the people of Lenigas are being kept in the dark about what's happening down on Dana. and they seem to be just as clueless about what's going on up here in their own world. Despite the fact that it's actually here that the Wedge originally came from. We need more information. Let's talk to the citizens, see what we can find out. While we're at it, we can ask them about the Red Woman, too. And don't forget about finding the way to the Forbidden Zone, either. Let's leave the talking to Xion. We can't have a bunch of Danans poking their noses around. Good idea. I think that's for the best. I shall assist. You sure? Being a lord on Lenigas has its advantages. Right. And we'll leave it to you two. It's very nice. should probably keep our heads down. What if people freak out? I shall explain it away by saying I'm leading you. What are we, dogs? Open ball. What could be so important? It's worth destroying people's livelihoods and homes in the process. It's just... unbelievable. Uprooting an entire city as if it were mere building blocks. Someone's got an awful lot of questions to answer. From how it looks, they must be siphoning off astral energy from Dana and then sending it to Rena. But why do all this? What for? Surely they can't be using all that energy for the crown contest. Whatever their purpose, disrupting their siphoning process alone won't be sufficient. Not while we still don't know what their endgame is. He's right. We need to stop this from happening ever again. This forbidden zone might be where we find some answers, right? So what are we waiting for? Let's get moving! You heard him. We don't have time to stop and chat. Let's move. Let's get moving, moving, moving. Ein Nachgedanke, danke. Ernsthaft? So, I've been wondering, do you think when Lenicus was built, it was even made with people living here in mind? What do you mean? Well, none of this happened by coincidence, right? They must have designed it to transform like this. But then, if they knew, people were going to live here, you'd think they would have taken that into consideration to avoid all this chaos. Ordinarily, yes. You'd think so. Trust me. As far as we were concerned, Lenicus was our home. Nothing more. No one knew about all this. It makes you wonder whether the city was just built on as an afterthought. So, fertige Quatsche? Sehr schön. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ist Lenicus erledigt? Ja, das kann gut sein. War zwar nicht meine Intention, als wir hergekommen sind, aber... Wo ist der verdammte Herrscher, wenn man ihn braucht? Er steht eigentlich vor euch. Eigentlich. Das ist halt die Frage, ob das damit als Herrscher gemeint ist oder nicht. Oh, die hat ganzen Kinder. Oh, die hat ganzen Kinder. Oh, die hat ganzen Kinder. So, so. I wonder just how many people have been saved by Xi'an in some form. I'm it. Der ist eine Rauchmutter und Vater nicht. Hm. Sie jügeln sich nicht mehr als unsere Dina. Sie mögen ausgebrochen sein, aber von solchen Versicherungen haben sie bald wieder unter Kontrolle. Impressed? There's rumors flying around about people being saved by a Renin Vision of Beauty. Vision of Beauty? That's a bit... ...much. Alphen had better stay on his toes. Allerdings. Where do I come into this? Oh, dear me. What an unspeakable mess this has all become. Just look at the state of our city. Even the Zoogles have stopped heeding our commands. Whatever did we do to deserve this? You really have no clue what might have caused this? Would that I have. Alas, there was no warning, no prior decree. His Highness must have deemed it unnecessary for us to know. We have no choice but to grin and bear it. But do my eyes deceive me? Could I really be standing in the presence of his lordship, Dohalim of the house Ilcharis? I believed he was on Dana. Your eyes do not deceive you. It is I, one and the same. I have returned to fulfill a special duty, the details of which I cannot divulge. As your lordship wishes, first Lanagas mutates beyond recognition. Now this unexpected visit? The sovereign's plans are inscrutable indeed. The Ilcharis house has produced a great many lords over the centuries. I shall be praying for your victory in the latest crown contest. Your good wishes do me an honor. Dohalim of the house Aus dem Boden? Aus dem Steinboden wohlgemerkt, ja gut. Wenn unbedingt will, dass der Steinboden zu Sand wird unter ihm zerbröselt, von mir aus. So was haben wir hier Schönes? Ein Terminal? Ja gut, so will sie ich auch, aber... Ich bin in Danna, während der letzte Krone-Kontest, auch. Als der Contender, die ich mitgebracht habe, nicht zu klinken, habe ich zurückgebracht. Ich habe die Todes der so viele Schleifte. Insofern. Sorry, dass ich mich unterbrechen, aber wir schauen, dass eine Frau, die all in red. Hast du gesehen, jemand von dieser Deskription? All red, eh? Nein, ich kann nicht sagen, dass ich jemanden wie das. Ich denke, dass sie ein wenigstens sein würde. Ja. Was ist auf Dana, während der Konferenz Krone? Du hast nicht jemanden so gesehen, mit dem Lord, du bist du? Was ist mit all diesen Fragen? Ich habe sie nie gesehen, okay? Nicht so, oder sonst. Warum willst du sie finden? Keine Ahnung. Ich habe mich gefragt. Sorry, dass du dein Zeitpunkt verletzt. Hm. Du, 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 du. Die Sugel haben plötzlich nicht mehr auf unseren Wähler gehört. Bei uns umdrehen sind sie gegen Horizont vorgestürmt. Das war es noch nie vorgekommen. Okay. Wir sollen direkt den Kampf um die Krone abbrechen. Interessant. Wir wollen jetzt theoretisch noch weiter gehen. Wir kommen aber gar noch nicht hin, so wie es aussieht. Ne, wird es schwierig. Okay. Wir sollen auch mit der Person hier quatschen. Ist alles okay? Du siehst ein wenig verloren. Hm? Oh, ja. Ich sehe nicht, dass ich meinen Weg nach Hause finde, ist alles. Ich habe gerade versucht, meine Umpteenten Versuchung an eine neue Route. Ich habe mir gedacht, dass ich das hier selbst gehe. Die Situation ist eine wirkliche Schmerz, oder? Ich denke, dass der Soverein gut weiß. Ich darf nicht bleiben hier sehr lange, aber. Eine Kaste Böge nur kann über diesen Teilen nur so lange sein, bevor ich meine Willkommen. Ich habe mir gedacht, dass es zu vermeiden. Aber vielleicht werde ich das so weitergehen. Du meinst, dass du eine andere Richtung kennenzulierst? Herr Dohle Milcharis! Aber wie? Als ich das letzte Mal hörte, du warst in Dana in der Krone. Ja, strange, nicht wahr? Wenn du eine andere Route kennengelernt würdest, würden wir uns sagen. Aber natürlich. Bitte forgive mich. Es ist eine Walle, die vorhin hier steckt, mit einem Entschluss in es. Ich dachte, vielleicht wäre es ein Passageway zwischen den verschiedenen Körtern. Aber ich habe keine Art von wissen, für sicher. Es ist wert, auf jeden Fall zu untersuchen. Ich werde nachdenken, die Situation. In der Zeit, warte mir hier. Wenn es sicher ist, ich komme und werde dir wissen. Du wirst wirklich das für mich tun? Ein Herr, der sich selbst verletzt, für jemanden von meinem Lowen Status? Unsere Sache in der Leben ist wenig konsequenz. Wir sind beide Rennen, erst und erst. Oh, ja, mein Herr. Danke. Also, wir haben die Stadt verletzt, für Informationen. Was denkst du? Keine Ahnung hat die beste Idee, was zu dieser Stadt passiert, nachher alles. Sie haben nicht gehört, die News über die Krone Contest, entweder. Du denkst, diese Info würde es leicht finden, hierher kommen. Hat es immer so gewesen? Nichts, das ist nicht so gewesen. Nichts, das wäre so gewesen. Nichts, das wäre so gewesen. Nichts, das wäre so gewesen. Das wäre so gewesen, dass etwas verletzt, die Wahrheit verletzt. Alles, was hier passiert ist, ist zu der Sovereign, der Willen. Es ist die Art, die Menschen wurden verletzt. Der Belief ist tief. Nichts passiert, der Grund von einem Grund. Für sie, das ist alles Teil der Sovereign, der Grand Plan. Der Plan der Sovereign? Es ist eine Sache, die ich noch nicht sicher bin. Nichts, das ist eine Sache, die sich über Lenigus verletzt. Der Sovereign, natürlich. Er regelt von Renna, während sie über both Renna und Lenigus verletzt. Without die Lorde oder jemanden in der Mitte zu tun, die seine Schrauben verletzt? Ist Renna zumindest die gleiche Größe wie Dana? Das ist ein ziemlich großartiges Verletzt für eine Person zu regeln. Ich hätte gedacht, dass Lenigus verletzt, das wäre sehr schwierig. Die Punkte, die du machen, sind wahr. Ich habe, dass ich nicht mehr gedacht habe, dass ich es nicht mehr gedacht habe. Hier, die Sovereign'in totalen Autorität ist als natürliche als Nacht turning zu Nacht. Wenn ich mir das Gefühl habe, ich weiß nichts von der Natur, wie Renna es selbst ist. Shion, hast du schon... Nein, forgive mich. Hast du schon mit, oder sprachst du mit, oder sogar gehört von jemanden, die tatsächlich eine Visitung in der Stadt? Nein, ich habe nicht. Neither habe ich. In welchem Fall... Ich hätte mir gedacht, dass... Aber nein, sicher nicht. Kann es wirklich sein, dass kein Mitglied von Lenigus noch da ist? Hold up, was bist du da, Dohalim? Assuming das, was ich glaube, ist es richtig. Es ist möglich, dass niemand auf Lenigus noch auf der realen Rennin-Homewelt selbst verletzt. Niemand, aber der Sovereign, das ist. Aber wie geht es um trade und kommunikation? Da muss man ein Fluch zurück und zurückgehen, sicherlich. Nicht, wenn der Sovereign'in seine Wille auf Lenigus single-handelt ist. Es könnte eine eine-artige Straße sein. Aber ich dachte, dass du gesagt, dass der Sovereign'in all die ganze Zeit auf Renna ist. Wenn das so ist, kann er wirklich über Lenigus regeln direkt über Lenigus aus so weit entfernt? Was, wenn etwas passiert in der Stadt, wie jetzt? Ich beginne zu fragen, was die Natur dieser Sovereign'in ist. Alphen sagte er, er wurde in der Rolle geöffnet, richtig? Just vor der Ceremonie. Aber Sovereign'in ist auch der Titel gegeben für den Allmighty Rennin-Ruler. So, welcher ist es? Wer gewinnen die Krone-Kontest, hat er die Throne von seiner oder ihrer Prädecesse, bevor er die Rennin-Homewelt über alle von Renna und Lenigus. Daher, dieser individuell ist bekannt als Sovereign. Doch, es scheint, dass der Rennin-Ruler ist, dass der Rennin-Homewelt überlebt wurde. Wie das Volr'on betrifft in all das? At dieser Stelle, ich nicht mehr weiß, was ich glauben. Three centuries ago, ich wurde der Sovereign hier in Lenigus. No, nicht nur wurde, ich wurde zu. Ich, Adanon. 300 Jahre später, wir crossen paths mit Volr'on, der auch der Sovereign'in Crest. Das ist nicht das einzige, was wir in common haben. Wir beide wurden Sovereign'in ohne die Krone-Kontest gewinnen. Du denkst, Volr'on wurde Sovereign für das gleiche Grund? Weil dieser Ceremonie? Ich kann nicht sagen, aber es ist sicherlich so. Aber das würde sagen, dass zwei Sovereign'innen würden zu existieren, auf jeden Fall. Eine, deren Job es zu regeln, und die andere, für Ceremonial purposes. Wir haben nie gesehen, dass Volr'on wieder in Ganath-Harros gesehen haben. Das ist eine neue Ceremonie, mit Volr'on in der Mitte dieser Zeit? Das ist das, was das all diese gewünschte Aktivität hier passiert? Warte mal. Du denkst, Volr'on und die Red Woman arbeiten zusammen, hast du? Die Ceremonie kann nicht weitergehen ohne die Renis Alma. Die gleiche, die die Red Woman stole. Da gibt es etwas anderes, die die Ceremonie braucht. Eine Maiden. Und wenn es da noch eine andere, außerhalb von mir ist... Fragen, 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 und noch mehr Fragen. Ones, die es scheint, werden wir nicht beantworten, bis wir die Identität der Sovereign'innen. Wenn die Verlangen-Zone wirklich auf die Grenze zu allen, aber die Sovereign'innen, das scheint, wie ein guter Ort zu beginnen. Für die Sache, die Danna zu liberieren, auch. Dann wird es entschieden. Das ist, was wir brauchen. Suchen müssen, nicht wirklich grossartig. Aber was ich mir gerade frage, ich hatte das Gefühl, das Spiel dreht sich langs in die Richtung um, dass wir nicht nur Danna retten müssen, auch Rena und Venegis. Ganz ehrlich, wir haben schon vom Raumschiff aus gesehen, dass Rena nicht gerade allzu gut aussah, so vom Planeten her. Wenn da schon ewig keiner mehr war, und offenbar keiner mehr war, und keiner das jemals hinterfragt hat, frage ich mich, ist der Grund, der ursprüngliche Grund für die Invasion, von Danna und so vielleicht denjenigen, dass Rena gar kein Leben mehr möglich ist, weil es vielleicht gar keine Astralenergie mehr dort gibt, und nur noch Dunkelenergie, und deswegen muss man hier alle andere Energie abschöpfen. Aber wozu eben dient das Renas Alma eigentlich ursprünglich? Was ist der ursprüngliche Zweck davon? Rena wieder komplett herzustellen? Oder die Welten von Rena und da zu verschmelzen, wenn es nur noch eine geht, und sie einfach so direkt darüber herrschen können oder so? Oder... Keine Ahnung, ganz seltsam. Sind da so viele Fragen offen, aber wir merken, mehr und mehr werden wir der Lösung nahe kommen müssen. Muss ja fast so sein. Kein jetzt, dass sie in dem Schlussspiel angekommen sind, und noch mehr Fragen offen sind, als beantwortet wurde, das Spiel fertig ist. Das wäre ein bisschen creepy. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Tales of the Rise. Dann erst mal mit Lenniges Bürgerschaft. Bye, bye.